. 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 Licht vor der Sonne hat sich in Brandung gebrochen, weisse Gewänder, weiss deckte Tische auf weissem Sand. Sie zöcklen mit Bambusröhrchen Cocktails aus einer Kokos-Schale, überwädelt mit dem Palmfächer und dringlich in ihrer glitzerigen Muschel parat. Schön. Ein lokaler Priester, der im weissen Gewand, rät saubungsvoll auf die Wehe der Sprache der Malediven. Das letzte pflanzen sie alle zusammen am Strand. Eine Kokospalme. Schön. Natürlich sind sie auf YouTube, wo sie zurück in der Schweiz ausübersetzt. Es übersetzt jemand, dass der Priester auf das aller Strübste hat zusammengeschissen. Es als Nutten und Schwuchtelbeschimpfte, dekadente Uren, Dreckwäschlerungläubige, Säureichspackne, alles Unglücke vor der Welt und missbildete Kinder hat gewünscht. Nein, ist der Zauber von teuren Traumhochzeit irgendwie am Arsch. Hey, es wäre doch schöner gewesen, die zwei hätten nie erfahren, was der gesagt hat. Du vergingst schwelgen. Manchmal wolltest du es nicht wissen. Dann der freundliche Rikschauffahrer. Weisst du noch, du hast noch zur Frau gesagt, du hast jetzt mal eine Flotte eingeborene. Oder gesagt, der hat mich, du wäre gut der Preis. Dass der dich grauhaft über das Ohr geholt hat. Gut der Preis für ihn, 25-fach. Egal, oder? Das hast du gerne gezahlt. Gut, einmal war mir sofort klar, dass ich es verarscht habe. Neapu 1984. Oh, mia bella Napoli. Da waren wir mit der Maturklasse, mit dem Zeichnungslehrer, 20 Leute. Dann brauchte das 5-Taxi für uns vom Bahnhof, für das Nationalmuseum, um an Piazza Museo zu chauffieren, sicher eine Fahrt von ein paar Minuten, aber alle Mann haben sich die 5-Taxi schnell zugeblinzelt. Du abgemacht mit diesen Huren, die Tourist fahren wir rund um die Stadt. Hey, ein Riesenumweg. Gell, schön im Konvoi, ein Taxi im Anderen, es hat ausgesehen, wie das genau so müsste sein. Das ist ein Riesenumweg, dein Zeichn. 30 Minuten über die Umfahrungsautobahn. Das kostet die Neapu halt. Die Tage gebe ich die Strecke zum ersten Mal auf Google Maps ein. Und du, der kürzest Weg von Napoli Centrale ins Museo Archeologico geht wirklich über die Umfahrungsautobahn. Und dauert minimum eine halbe Stunde. Ui, ja, den Taxi lacht er 38 Jahre lang urrecht an, wenn ich Alba erzählte, wie die uns beschissen haben. Untertitelung des ZDF, 2020